Das Projekt Kleine Helfer ganz groß. Die Poldeswalder Teamtag Bevölkerungsschutz. Aus die Poldeswalde. Die Corona-Pandemie hat das Leben vieler Menschen beeinträchtigt. Auch die regelmäßigen Nachwuchstreffen des DRK-Kreisverbandes die Poldeswalde konnten nicht stattfinden. Im gemeinsamen Austausch mit der Leitung der Kinder- und Jugendgruppen von Jugendrotkreuz, THW und der Freiwilligen Feuerwehr hat das DRK nach einer Möglichkeit gesucht, Danke zu sagen. So wurde der Die Poldeswalder Teamtag Bevölkerungsschutz ins Leben gerufen. In einem spielerischen Wettkampf treten kleine Gruppen gegeneinander an. An verschiedenen Stationen können die Teams ihre Fähigkeiten und ihr Wissen in den Bereichen der Hilfsorganisationen unter Beweis stellen. Jede Organisation stellt hierfür vier Stationen zur Verfügung, die jährlich neu ausgestaltet werden. Der Teamtag steht im Zeichen von Ehrenamt, Teamgeist und Vernetzung und lässt kleine Helfer ganz groß werden. 120 Kinder und Jugendliche nahmen voller Elan und Freude teil. Der Teamtag steht im Zeichen von Ehrenamt, Teamgeist und Vernetzung, Teamgeist und Vernetzung, Teamgeist und Vernetzung, Teamgeist und Vernetzung, Teamgeist und Vernetzung. Der Teamtag steht im Zeichen von Ehrenamt, Teamgeist und Vernetzung, Teamgeist und Vernetzung, Teamgeist und Vernetzung, Teamgeist und Vernetzung.